Ein Bagger steht schon bereit. Der Generalkalbweg am Perlacher Forst soll nämlich asphaltiert werden. Denn der Waldweg ist in die Jahre gekommen und hat viele Schlaglöcher, die sich schnell mit Wasser füllen. Die Strecke soll dann für Fußgänger und Fahrradfahrer getrennt werden. Doch dieses Vorhaben ist bei den Anwohnern sehr umstritten. Da gibt es ein paar Schlaglöcher, das muss man sicherlich mal reparieren und so weiter. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, diese Teilstrecke zu teeren. Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, weil eben wenn der so bleibt, wie er jetzt ist, dann ist er eben, wie man es jetzt schon sieht, sehr durchweicht und matschig. Und als Radlfahrer hat man auch seine Probleme durchzufahren. Es ist ja so, dass es jetzt Radfahrer ja gibt und zwar in Hülle und Fülle. Und da ist es dann sicherer, eben auf so einem Weg zu fahren, der asphaltiert ist, als wenn jetzt hier dann irgendwelche Pfützen drin sind und Löcher und so weiter. Die Interessensgemeinschaft am Perlacher Forst und Tegernseer Landstraße will diese Pläne stoppen. Sie fordern, dass der General-Kalb-Weg genau so bleibt, wie er ist. Sehen wir die Notwendigkeit eines asphaltierten, breiten Belages, bei dem auch noch die Fußgänger mehr als zwei Drittel davon hergeben müssen, von dem Weg, der jetzt hinter mir ist, eigentlich als völlige Fehlplanung. Also das ist unverantwortlich. Doch der Bezirksausschuss Obergiesing sieht das ganz anders. Diese Leute, denke ich mir, wissen nicht, wie es ist, wenn man hier mit dem Relator geht oder wenn man schlecht zu Fuße ist. Und hier vorne am Ende des Weges ist ja ein kleines Café, wo man eben sich hinsetzen kann, Kaffee trinken kann. Es ist ein großes Geschäft, wo man einkaufen kann. Also die Mobilität der hier Wohnenden wird dadurch schon aufgewertet. Wenn die Stadt München an ihren Plänen festhält, soll der Weg schon diese Woche umgebaut werden.